Wüste Landschaft, wo es da geht. Planet brennt. 35 Grad, schätze ich mal. Aber es geht eigentlich ganz gut. Ich habe mich jetzt akklimatisiert die letzten Tage und fühle mich gut. Und von dem her ganz so weiter gehe. Die Gegend ist ein bisschen verbrennt, aber irgendwie ist sie trotzdem Hetze was. Bis jetzt habe ich mich noch gar nicht gelandet. Alles gut. Mir geht es gut. Wasser, alles da. Ich habe jetzt noch genau 16 Kilometer und dann bin ich am ersten Zielpunkt erreicht.